Ein Herr, ein Hahn, ne? Grün-Gelb. Ja, bist du grün-gelb? Bist du ein Herr-Vogel? Ja, ne? Alles gut? So, ja, ne? So, einmal strecken, einmal recken, so. Kannst du ja auch noch mal rumdrehen. So, dann muss ich die erst auf die Stange setzen, hm? Hopp! So, jetzt haben wir die richtige Seite, ne? Jetzt haben wir die Schokoladenseite, ne? So, dann machen wir noch ein Bild und dann ist gut, ne?